17 Jahre jung und leer, jemand der sie liebt, fehlt ihr so sehr, sie sagt nichts ihren Eltern, die haben andere Sorgen, bis zu jenen Morgen, als für ihre Mutter eine Welt zusammenbricht. Denn sie liest den Brief, den ihr Baby schrieb, oh, 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 Mami, ich gehe fort, es gibt einen Menschen, der mich versteht und er liebt mich. Ich hab dein Wort, was soll ich tun ohne ihn? Und zu Hause kann man nicht verstehen. War es unsere Schuld? Wie konnte das geschehen? Hatte sie nicht alles, was ihr Herz begehrt? Es gab doch keinen Wunsch, den man ihr verwehrt. Und an die Leute, was werden sie sagen, wenn sie hören von diesem Brief? Oh, 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 Mami, ich gehe fort. Es gibt einen Menschen, der mich versteht und er bleibt bei mir. Ich hab sein Wort und grüß auch Daddy und sage ihm, ich weiß, ihr habt alles für mich getan. So schreibt sie, doch verstanden habt ihr mich nie. Oh, 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 oh Vielen Dank.